Ja, dass man einfach von der Textur abrutscht. Kann doch nicht wahr sein. Da, schon wieder. Geh weg. Ich kann hier nicht raus. Entschuldigung. Ich glaub, das war laut. Hör doch auf, von der Textur immer abzurutschen. Mann. Weißt du, da drückst du springen und so und nichts passiert. Ja. I mord das Spiel. So, hier. Nicht weiterrutschen. Oh. Stirb. Nein, jetzt. Ich hab gesagt, stirb. Der Hauf kommt sich selber mal ab. Okay. Dann hier. Blatt. Tschüss. Blöder Kackfisch. Wo lang jetzt da? Oh, nö. Ich hör ihn schon kommen, den Kackfisch. Da. Das ist ernsthaft. Das kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder. Hey, sie ist rausgekommen. Habt ihr es gesehen? Und jetzt ist es wieder runtergeglitscht. Gott. Ich mach mich aggressiv. Ich mach mich aggressiv. Blatt. Blöde Dinger, die einen runterstoßen. Manchmal. Da will ich hin. Da will ich hin. Boah. Da will ich noch nicht hin. Weg. Weg, hab ich gesagt. Weg. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, ich rutsche gleich wieder an der Text, äh, Textur ab. Was ich darüber? Weiß ich nicht. Wird das Blatt weiter? Ne. Gut. So, da hoch. Ist klar. Checkt. Yo. Was ist denn das so ein Bild? Warum? Rutsche ich da immer weiter rein? Was zur Hölle? Alter, Vater. Boah, ich sag's mal. Das Spiel ist, äh, hart. Scheiß Piss. Yo. Warum hätte ich den nicht? Ich gehe da hinten. Alles klar. Wirft der da mit Bomben oder? Ne, der hat einen Säbel in der Hand. Das ist aber ganz cool. Aber er wirft trotzdem mit Bomben. Ob ich es nicht gewusst hätte. Jo, jetzt habe ich keine Mana mehr. Wie schafft man die eigentlich im Nahkampf? Was die für Damage waren? Ach, cool. Der hat den zusplattert. Lustig. Oh, cool. Der hat den noch zusplattert. Fun. Arschloch. Ja, aber ich weiß, man soll nicht fluchen. Mach ich aber gern mal. Schön cool bleiben, Bloom. Schön cool bleiben. Ja, vielleicht schneide ich das Speichel doch nicht. Was jetzt... Bin ich nur noch am... Schneiden. Pam, pam, pam. Wie ein Maschinengewehr. Bäh. Pam, 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 pam. Puff. Pam, 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 pam. Vielleicht ist das Buch hier in der Welt doch ein bisschen cooler. Hier ist das immerhin alles ein bisschen freiräumiger. Da, Blatt. Und ich höre schon wieder diese Scheiß-Füße. Oh Gott, wie viele kommen denn davon? Zack, 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 zack. Mit einem Maschinengewehr. Oh yeah. Irgendwie würde ich da gerade mal rüber. Was haben wir denn da? Hallo. Hallo. So, ich kenne Mana mehr. Fuck das. Ey. Cool. Ey. Ich muss da cool bleiben. Pam, pam, pam. Ey. Bleibenbleiben. Halt. Gib mir was. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss, aber... Irgendwie sieht es ganz netter aus. Schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet in dem Ding. Haus. Meine ich natürlich. Nein? Huch. Hallo, du da. Oh. Ich kenne mich doch. Bill McGill zu Diensten. Nenn mich Larry. Oder auch nicht. Hast du Brandy? Nein, ich habe nur meinen Verstand. Dann hast du nichts. Köpfchen nutzt nichts. Hier steht schon alles Köpfchen. Ich muss mit der Herzogin sprechen. Unmöglich. Sie zeigt sich nur denen, die darauf keinen Wert legen. Das ist nicht recht. Oh doch. Es heißt, sie verstecke sich vor der Roten Königin, die ihr den Tod wünscht. Ihren Kopf. Auch den. Ruiniert mein Heim, baut dieses Monstrum. Sie ist verrückt und geschmacklos. Aber egal. Auch unsere Tage sind gezählt. Hast du echt keinen Brandy? Ich will den Schildkrötenpanzer. Ohne gehe ich nicht. Ach, wirklich? Mitten rein, wie? Zu Diensten, man. Mir hat sie auch übel mitgespielt. Folge mir. Ah, da waren wir wohl hier, äh, ganz richtig. Gehen wir durch diese vertrauensvoll aussehende Tür. Hihihi. Hahaha. Entschuldigung. Fand ich lustig. Seid gut aus. Achso, da war ohne gerade gespeichert. Naja, egal. Die Lampen sind lustig. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Was ist das? Das ist die Hölle. Komm näher, mein Küken. Gut zubereitet. Machst du einen tollen Braten. Ich bin ungenießbar. Keine Hauptmahlzeit. Aber ein kleiner Imbiss. Ich krieg den Schildkrötenpanzer, du grässliches Biest. Nur über meine Leiche. Vielleicht kann ich dir helfen. Äh, nein. Stimmt nicht. Aber cool, das sind Bomben. Ist das da die Bombe? Kranker Scheiß. Cool. Friskarten. Babababababababam. Babababababam. Oh. Kein Wader mehr. Tschüss. Also, unser erster Boss-Fall. Hopp. Hopp. Na, Alice, loslassen. Loslassen. Alice, loslassen. Ich hab loslassen gesagt. Aua. In der Zeit hat sie uns hier tausendmal wehgetan. Oh. Fuak. Erwischt. Die hübsche Dame hat uns also mal gekillt. Mal weggesnackt, quasi. Unser erster Boss-Fall. Gegen diese Herzogin. Kann ich das wegdrücken? Wenn dich speichere ich gleich mal. Nein. Ne, scheinbar nicht. Schade. Weil wir wollen uns, dass wir nicht jedes Mal anhören, wenn ich jetzt erstmal hier drei Jahre scheitere. Ich bin ungenießbar. Keine Hauptmahlzeit. Aber ein kleiner Imbiss. Ich krieg den Schildkrötenpanzer, du grässliches Biest. Nur über meine Leiche. Vielleicht kann ich dir helfen. Schicke Frau. Ich find sie einfach schön. Speichern. Daneben. Habt ihr den Stealth-Modi gesehen? Der war awesome. Wie sehr brennt sie gerade? Kriegt sie Schaden? Gibt es irgendwo was, wo man Schaden von der einsehen kann? Kann mir da jemand mal sagen, wie es so ist? Meins. Schmeiß keinen Scheiß nach mir hier. Sag mal. Ich muss dir da irgendwie jetzt erstmal durchkalten. Die liegt aber nicht gut zum Durchkalten. Oh, die auch nicht. Ja. Da läuft für die ekelhafte alte Frau hinterher. Die will nicht sterben. Das muss ich sagen. Weglaufen, weglaufen. Weglaufen, weglaufen. Oh, da macht die Explosion, okay. Ist klar. Und da bin ich tot. Oh Mann. Was ne Bitch. Jetzt will mir gar nicht entschuldigen. Aua. Messer. Messer. Alter, hör doch mal auf damit. Messer. Was macht die denn da? Kann das sein, dass die Brandbomben einfach nur verhindern, dass die in diesen geilen Self-Modi gehen? Kann das sein, dass die Brandbomben sie irgendwie nicht anzünden wollen? Hier, Messer. Messer hab ich gesagt. Aua. Messer. Und ausweichen. Und ausweichen. Und ausweichen. Und das Ding nicht einsam. Und ja, kletter da rauf. Ist ein Gay. Alter, ist ein bisschen lästig. So, hier, Bombe. Bombe, hab ich gesagt. Sieht der das überhaupt was? Bombe. Oh ja, jetzt hab ich sie gerade gut getroffen. Brenne. Miap. Bombe, Bombe. Ja. Jetzt einfach weg. Weiter. Bombe. Was? Die explodieren viel zu spät. Bombe. Ich hab sie abgeworfen. Komm hier, Bombe. Alter, Vater. Komm, 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 komm. Bombe. Mist. Ich hab nur noch ein Messer. Also, äh, Messer. Hab ich jetzt gerade getroffen? Das klang so. Wie viel hält die dann aus? Oh. Gut. Gesundheit. Was? Was? Hi, 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 hi. What the fuck? Ich mach mir die Finger nicht schmutzig. Immerhin ist mein Panzer in guten Zustand. Ein kleines Dankeschön wär nett gewesen. Ich hab meinen Teil des Abkommens erfüllt, Schildkröte. Du hast recht. Wir wollen eine Reise machen. Halte dich dicht an meine Bläschen, sonst gehst du verloren. Wundert sich noch jemand unter... Wasserwild. Nein. Wir wissen doch noch, wie schnell wir gerade gestorben sind. Wir wissen doch, wie schnell wir in den entenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstenstensten